Hallo und herzlich willkommen bei Red.Gamble. Heute bin ich auf den Jagen noch ein Team und habe das Spiel Follower, Leggings, Idle, RPG. Viel Spaß! Okay, es geht los. Mein Account wurde mal wieder nicht gefunden. Ich war nicht. Jetzt muss ich wieder von Neuanfang. Also beide ganzen schönen Krieger sind alle weg. Das ist mir nicht so traurig. Naja, egal. Dann werde ich jetzt nur die zehn Minuten spielen. Obwohl die eigentlich schon vorbei sind, die zehn Minuten. Aber egal. Wir gehen den Anfangs-Totor jetzt so durch. Und ja, dann schauen wir mal. Da, 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 da. So. Egal. Egal, egal, egal. Okay. Und da ist auch die leichtes Tutorial schon vorbei. Nein. 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 Und aus zu tun. Aus zu tun. Und let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Normalerweise würde ich das hier machen, er ist der Tank, er ist kein Tank, der kommt hier in der Mitte und der nach ganz hinten, so ungefähr. Also das war auch nicht gut, ja, ich habe verloren, also man muss schon zwei vorne haben. Geschichte. Dankeschön. Dann leveln wir erstmal, zwei Level auf oder 20. Ah, entwickeln brauchen wir nicht. Und nichts mehr, sonst ist er wieder weg. Und er hat auch eine Geschichte, sieh eine Art. Er hat auch eine Geschichte. Na fein, na fein. Okay. Ich will nicht empficken. Na? Kann doch jemand empficken. Wie viel erwickst du noch? Okay. Und du? Keins. Du hast auch keine Geschichte. Ach, du hast auch eine Geschichte. Aber es gibt keine Punkte. Also ne, die level ich nicht auf. Also soweit bin ich noch nicht. Ich muss erst in der Stadt ankommen. Ich muss erst in der Stadt ankommen. Und warte. Ja, das kann man ja. So, jetzt haben sie keine Chance mehr. Ich müsste die beiden wahrscheinlich tauschen. Beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Hmm. Hmm. Okay, das war ja eigentlich mal nicht so schlecht. Noch Eintopf mache ich und dann, ach nö, doch Eintopf machen wir noch, schauen. Herausforderung, das war die Aufstellung, die sah gut aus. Okay, und dann würde ich mal sagen, das war es auch schon wieder für heute. Ich bin jetzt auch Levisin gerade gesehen, aber am nächsten Mal bist du sowieso wieder weg. Deswegen, ja, dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr noch nicht so wieder seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen.